Hallo und herzlich willkommen auf MyBody, deinem neuen Online-Fitnessportal. Du befindest dich hier im eingeloggten User-Bereich. Hier findest du alle wichtigen Informationen über deinen MyBody-Account und deine persönlichen Trainingsstatistiken. Um dir erst einmal einen Überblick über dein persönliches Fitnesslevel zu machen, empfehlen wir dir den MyBody Fitness Check. Der Fitness Check gibt dir in acht Übungen einen detaillierten Überblick über deine Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Um einen kontinuierlichen Fortschritt zu sehen, trägst du als allererstes deine biometrischen Daten wie Gewicht und Umfänge ein. Nach den Gesundheits- und Risikofragen beschäftigst du dich mit deinen Trainingszielen und Vorlieben. Mit Hilfe von Anleitungen und Vorführvideos führst du nun den MyBody Fitness Check durch. Achte bei deinen Übungen auf eine korrekte Ausführung und trage das Ergebnis unten rechts im Feld ein. Am Ende deines Fitness Checks bekommst du eine detaillierte Auswertung in Form des MyBody Indexes sowie deinen persönlichen Trainingsplan, der ein auf deine Bedürfnisse ausgerichtetes Training bietet. Deinen persönlichen Trainingsplan kannst du auch über die MyProfile Navigation aufrufen. Hier findest du noch viele weitere nützliche Tools, wie zum Beispiel den MyBody Trainingskalender, mit dem du dein Training noch besser individualisieren kannst. Denn ein kontinuierliches Training ist das Wichtigste, wenn du eine Veränderung sehen und spüren möchtest. Hierzu klickst du auf deinen gewünschten Trainingstag, suchst dir einen Zeitpunkt aus, an dem du trainieren möchtest und fügst dein gewünschtes Training ein. Der Termin steht nun in deinem Kalender und kann von da aus direkt angeschaut, bearbeitet oder mit deinem Outlook-Kalender synchronisiert werden. Alle Fitnesskurse aus MyFitness-Videos findest du nochmal im Überblick auf einer Extra-Seite. Mit dem Filter kannst du optional nach Trainer, Zeit oder Kategorie sortieren. Um dich noch besser zu orientieren, kannst du deinen MyBody Index in Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer mit den Schwerpunkten der MyFitness-Kurse vergleichen und somit deine Potenziale kontinuierlich steigern. Um kontinuierlich die Veränderungen an deinem Körper zu sehen, klickst du auf deine Trainingsstatistiken. Hier kannst du deine biometrischen Daten zu jeder Zeit eintragen und anhand von Grafiken erkennen, wie du fitter und fitter wirst. Wenn du noch zielgerichteter trainieren möchtest, empfehlen wir dir unsere MyFitness-Programme. Die Programme haben alle eine bestimmte Laufzeit und bieten eine ganzheitliche Betreuung. Bei MyBodyShape mit Franziska von Almsig bekommst du neben 24 Trainingsvideos auch ein komplettes Ernährungskonzept und allerlei Tipps und Tricks zum Thema Fitness und Ernährung. Eine perfekte Betreuung bietet dir unser MyLife Personal Training. Über eine interaktive Videokonferenz kannst du einen Personal Trainer oder Ernährungsberater buchen und live und face-to-face mit ihm trainieren, dich beraten lassen und den Live-Fitness-Check absolvieren. Über die bekannte Filterfunktion kannst du ganz bequem nach Schwerpunkt Trainer oder Dauer sortieren und filtern. Unter MyTrainer findest du Informationen über unsere Personal Trainer und Kursleiter aus unseren MyFitness-Videos. Wenn du dich neben dem Training auch in der Theorie mit Fitness und Ernährung auseinandersetzen möchtest, bieten wir dir in unserem MyNews Magazin spannende Artikeln aus den verschiedensten Bereichen. Das ganze MyBody Team wünscht dir jetzt viel Spaß beim Trainieren. Gemeinsam werden wir deine Ziele erreichen. MyBody, be part of.